Hallo bei Phil's Philosophy. Mir geht es jetzt um die Frage, wie wir moralisch sensibel werden können. Und das ist das Programm einer Kultivierung des Moral Sense von David Hume. David Hume gibt uns auf diese Frage eine klare Antwort. Wir Menschen, sagt er, verfügen über einen Moral Sense, der uns bemerkenswert genau zeigt, welche Handlungen wir moralisch begrüßen und welche wir missbilligen. Je mehr Empathie wir für unsere Mitmenschen haben, desto besser funktioniert der Moral Sense. Diesen moralischen Sinn müssen wir immer wieder kultivieren. Und zwar, wie können wir das machen? Indem wir ihn möglichst viel anwenden, also gebrauchen und uns mit anderen darüber austauschen, nämlich was in der jeweiligen Situation moralisch gut ist oder begrüßenswert oder gar schön. und welches Handeln eher schlecht ist und eher abzulehnen. Durch den ständigen bewussten Gebrauch des Moral Sense und den Austausch mit anderen über die Feinheiten von moralisch gut und schlecht, werden wir sensibel, so glaubt David Hume. Jetzt ein zweiter Schritt, ein erster Unterschritt. Wie können wir den Moral Sense besser verstehen? Das müssen wir uns an einem Beispiel klar machen und da haben wir das Beispiel der Undankbarkeit und stellen uns jetzt folgende Situation vor. Sie sind Schülerinnen der 10. Klasse und haben mit ihrer Freundin wochenlang mit großem Erfolg auf die Mathearbeit gelernt, denn in Mathe hat ihre Freundin Schwierigkeiten. Da hatten sie gesagt, komm, wir machen zusammen Mathe, das schaffst du schon. Nach den Ferien sind sie es, die unbedingt Hilfe braucht, und zwar im Fach Englisch, denn das ist ihr schwaches Fach. Doch obwohl ihre Freundin Native Speaker Englisch sehr gut ist, fällt es ihrer Freundin jetzt überhaupt nicht ein, mit ihnen Englisch zu sprechen und zu lernen. Sie sieht gar nicht, dass sie jetzt Hilfe brauchen. Als sie ihre Freundin darauf ansprechen, sagt sie, wenn dir das nützt, können wir gerne Englisch lernen. Sehr viel Zeit habe ich zwar nicht, aber auf das Krieg kommen wir schon irgendwie hin. Ihr Englischproblem ist ihrer Freundin ziemlich gleichgültig. Sie sind enttäuscht und nennen ihre Freundin undankbar. Ja, Beispiel der Undankbarkeit. Ihre Freundin wehrt sich und sagt, wieso? Ich habe dir doch jetzt deinen Wunsch erfüllt. Was sagt David Hume über das Beispiel der Undankbarkeit? Und wir wollen damit besser verstehen, was der Moral Sense ist. Zitat, man untersuche zum Beispiel das Vergehen, also das schlechte Verhalten der Undankbarkeit, das sich überall dort findet, wo man auf der einen Seite Wohlwollen beobachtet, sie wollten helfen in Mathe, und auf der anderen Seite mit Gleichgültigkeit oder Vernachlässigung geantwortet wird, wie bei ihrer Freundin. Man zergliedere all diese Umstände und untersuche allein mithilfe des Verstandes, worin das Unrecht überhaupt besteht. Niemals wird man zu irgendeinem Ergebnis oder einer Entscheidung kommen. Er will einfach sagen, wären wir eine künstliche Intelligenz oder hätten wir nur Verstand und kein Moral Sense, wenn wir überhaupt nicht kapieren, was hier das Problem ist. Welchem Sinnesorgan oder welcher Fähigkeit offenbart sich das Vergehen, also diese schlechte Handlung, diese Undankbarkeit? Hume glaubt, diese Fähigkeit befindet sich im Inneren des undankbaren Menschen, eben als Moral Sense, aber da ist nichts als Gleichgültigkeit, das ist ein verkümmerter Moral Sense. Eine reine Verstandesethik oder gar eine künstliche Intelligenz hätte Schwierigkeiten, genau zu verstehen, was Undankbarkeit überhaupt sein soll. Was das Problem der Undankbarkeit ist, erschließt sich aber einem eigenen Sinnesorgan und das ist unser Moral Sense. Damit haben wir schon besser verstanden, was Hume damit meint. Kommen wir nun zu einem anderen Aspekt des Moral Sense, aber immer noch am Beispiel der Undankbarkeit. Stellen Sie sich vor, das Beispiel mit den zwei Freundinnen und ihren Problemen in Mathe und in Englisch hätte sich vor 120 Jahren abgespielt und noch dazu in einem weit entfernten Land. Alle Beteiligten sind längst tot, nichts verbindet uns mehr mit dem damaligen Geschehen. Vor allem haben sie heute weder Nutzen von Hilfsbereitschaft, Hilfe in Mathe, noch haben sie irgendwie Schaden von der Gleichgültigkeit, keine spontane Hilfe in Englisch, weil diese beiden Freundinnen ja längst verstorben sind. Dennoch spürt und beurteilt unser Moral Sense sehr genau, inwiefern es gut ist, hilfsbereit zu sein und inwiefern es undankbar ist, so gleichgültig zu reagieren. Jung schreibt dazu, wir loben häufig tugendhafte Handlungen aus längst vergangenen Zeiten und aus Ländern, wobei auch die subtilste Einbildungskraft keinen anscheinend von Eigeninteresse, also von unserem Interesse entdecken kann oder irgendeine Verbindung unseres gegenwärtigen Glücks, unserer Sicherheit, mit so fernliegenden Ereignissen auffinden könnte. Also wir sind völlig unbeteiligt und dennoch springt unser Moral Sense sofort an. Ein vierter Schritt, was können wir über den Moral Sense als Zwischenfazit festhalten? Jung sagt, es gibt einen Sinn für das Gute in uns, eine Art eigenes Erkenntnisorgan, der erkennt sofort gute Handlungen, er funktioniert ziemlich differenziert. Der Moral Sense ist nicht einfach zurückzuführen auf rationale ethische Überlegungen, ein ethisches Superhirn, ohne jede moralische Sinnlichkeit, könnte das Problem der Undankbarkeit wohl gar nicht verstehen. Es würde einfach nur auf den Output, auf den Outcome, Hilfe in Englisch und Mathe, der zum Schluss einigermaßen ausgeglichen ist, schauen. Der Moral Sense ist nicht einfach zurückzuführen auf Eigennutz. Selbst wenn bestimmte Taten längst vergangen sind, uns gar nicht betreffen, verstehen wir sehr genau, was an ihnen gut war, vielleicht sogar edel, oder was an ihnen schlecht oder sogar schäbig war. Und der Moral Sense ist auch keineswegs der stärkste Antrieb, das ist auch ein wichtiger neuer Aspekt. Jung meint, Zitat, dass etwas vom Wesen der Taube, das ist der Moral Sense, neben Elementen des Wolfes und der Schlange in unserem Gemüt verwoben sind. Und man mag diese großzügigen Empfindungen, also die Taube, auch für noch so schwach halten, so sagt Jung. Wir müssen trotzdem bei ihnen ansetzen und sie versuchen zu stärken. Schließlich, wie können wir den Moral Sense bilden und trainieren? Jung schreibt, Mitgefühl ist, wie wir zugeben wollen, weit schwächer als unser Eigeninteresse. Und das Mitgefühl mit Personen, die uns fernstehen, ist schwächer als mit Personen, die nahe sind, zum Beispiel Familienangehörige. Aber genau aus diesem Grund ist es ja für uns notwendig, in unseren ruhigen Urteilen und Gesprächen über die Charaktere der Menschen alle diese Unterschiede zu vernachlässigen, also egal, ob sie weit entfernt sind oder ganz nah, und unsere Gefühle allgemeiner und auf die Dauer immer sozialer zu machen. Der Austausch von Gefühlen in Gesellschaft und Gespräche bewirkt daher, dass wir einen allgemeinen, unveränderlichen Maßstab formen, nach welchem wir Charaktere und Sitten gutheißen und ablehnen, das soll dieser Moral Sense sein. Je mehr wir uns an eine eingehende Prüfung der Sitten, also wie sie jemand handelt, gewöhnen, ein umso feineres Gespür bekommen wir für die kleinsten Unterschiede zwischen Laster und Tugend. Das ist also Humes Wunsch, den Moral Sense zu bilden, zur Take-Home-Message. Was würde uns David Hume raten wollen? Versucht erst einmal, euren moralischen Sinn in euch überhaupt zu entdecken, wie ihr euch freuen könnt über jede edle Tat, wie ihr schlechte Taten verabscheut. Dieser Sinn ist schwach, ist eine kleine Taube in uns, neben Wolf und Schlange, durch die wir eben auch ausgemacht werden. Schadenfreude zum Beispiel. Ihr könnt den Moral Sense bilden, indem ihr ihn anwendet und gebraucht. Ihr tauscht eure Gefühle und Ansichten über Handlungen aus, frühere, aber auch gegenwärtige. Findet ihr sie gut oder nicht? Ihr werdet ein feineres Gespür bekommen. Ihr werdet sensibler werden. Das Ziel ist, Zitat, unsere Gefühle allgemeiner und sozialer zu machen. Das heißt, wir werden einen universaleren Moral Sense anstreben. Eure Empathie soll wachsen und immer mehr Menschen, vielleicht sogar Tiere, einbeziehen. Schließlich, ihr könnt den Moral Sense auch schwächen. Ihr könnt ihn verkümmern lassen. Wenn ihr zum Beispiel auf euren Social Media zynische, verletzende oder verhöhnende Kommentare verfasst, dann wird nicht eure Fähigkeit zu lieben kultiviert, sondern eure Fähigkeit zu hassen. Versucht dem Gegenüber unbedingt sensibler und feiner zu werden. Nicht härter. Wie werden wir moralisch sensibel? David Hume hat uns eine Antwort gegeben. Ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy.